Servus, der Tobi hier. Ich habe gerade westlich von Blaubeuren eine richtig schöne dynamische Gewitterzelle gechased. Ich habe zwar probiert in den Hachel reinzukommen, aber der wurde über mir ausgebrütet und ist dann hinter meinem Standort runtergekommen. Also schaut euch die Aufnahmen an, wie das Gewitter entstanden ist. Hier steht alles unter Wasser, war echt ein imposantes Teil zum Chasen Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. Sollte Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. War ziemlich cool heute, vielleicht nicht die schönsten Formationen gehabt, aber das Gewitter war schon ordentlich Bums drin. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, sowas live erleben, vielleicht auch schönere Wolkenformationen, dann schaut in den Community-Bereich des Kanals, da steht, wie es geht. Also habt alle einen schönen Tag, Servus, sagt der Tobi.